Was ist eigentlich die Energiedichte von Lebensmitteln? Die Energiedichte von Lebensmitteln gibt an, wie viel Energie eine Speise auf das Gramm gerechnet enthält. Wer ausschließlich Speisen mit einer niedrigen Energiedichte zu sich nimmt, wird schneller satt und nimmt nur einen Bruchteil der gewöhnlichen Kalorien zu sich. Links zu den Energiedichtetabellen finden Sie in der Beschreibung. Die Sättigung bei Lebensmitteln mit niedriger Energiedichte ist jedoch nicht langanhaltend. Energiedichte der Grundnahrungsstoffe Fett enthält ungefähr 9 Kilokalorien je Gramm, Proteine enthalten 4 Kilokalorien je Gramm und Kohlenhydrate enthalten 4 Kilokalorien je Gramm. Gestreckt werden kann die Energiedichte durch Wasser.